Wo ist der Fokus? Wo ist der Fokus, liebe Geschwister, in meinem Leben bezüglich dieser Religion? Und wenn ich dann fokussiere, wo ist meine Tat? Das macht einen großen, wisst ihr was, einer der größten Unterschiede ist zwischen uns und den anderen. Genau dieser Versache. Als mein Vater mich einst fragte, ja was ist der Unterschied, denn ich glaube auch. Da habe ich ihm gesagt, wir glauben und entrichten gute Werke. Wir setzen unseren Glauben in Tat um. Wir sagen nicht nur, wir glauben. Weil heutzutage musst du aufpassen nachher. Dann kommt die Leute, ich glaube. Aber Bruder, wo steht das im Grunde, dass Allah sagt, glaub nur und mach nichts? Wo steht das? Heutzutage, Bruder, ist das Gegenteil. Bemühung im Schlechten, Bruder.